Ich bin Kurfürst Johann Georg der Erste. Auf die Schweden bin ich gar nicht gut zu sprechen. Die haben mir mein schönes Jagdschloss kaputt gemacht. Alles zerschlagen und zertreten haben sie. Ich hatte hier im Amt Rochlitz fast 600 Jagdfrühner verpflichtet und über 100 Zeugwagen. Da können sie sich vorstellen, was wir für tolle Jagden hier gemacht haben. Bis die Schweden kamen. Ab dann konnte ich das mit der Jagd vergessen. Seit 1643 saßen die hier fest. Ich habe mein eigenes Schloss mit Kanonen beschießen müssen, um sie wieder rauszukriegen. Die Einschläge von den Kugeln kann man heute noch am Turm sehen. Und dann brennt auch noch das ganze Unterschloss ab, diese Sauhunde. Aber am schlimmsten, am schlimmsten war, ich musste mich von so einem schwedischen Leutnant beschimpfen lassen. Der hat mich von der Mauer herunter als Saugejagd bezeichnet. Und dann lässt er den Trompeter noch zur Saujagd blasen. Frechheit. Zum Glück gelang unser Sturmangriff und die Schweden konnten gefangen genommen werden. Den Leutnant, habe ich mir vorgeknöpft. Das können Sie wohl glauben. Der sagt nichts mehr. 1649 sind dann die Schweden endgültig abgezogen. Nach den westfälischen Friedensverträgen war Ruhe im Reich. Und ich konnte in Rochlitz endlich wieder jagen.